Die Lungenklinik HEMA. Medizinische Qualität mit Sicherheit. Das Konzept der Lungenklinik HEMA basiert auf medizinischer Versorgung auf höchstem Niveau und Engagement bei der Versorgung des einzelnen Menschen. Vom Moment der Aufnahme in unserem Haus bis zum Zeitpunkt der Entlassung steht dabei die Sicherheit unserer Patienten im Vordergrund. In der Lungenklinik HEMA werden jährlich rund 8000 Patienten medizinisch versorgt. Trotzdem wird jeder Patient von allen Mitarbeitern individuell betreut. Diese Patientenorientierung wird durch ein spezielles Patientenleitsystem, das mit der Aufnahme beginnt, unterstützt. Das Patientenarmband für Sie, das dient Ihrer Sicherheit hier im Haus. Von diesem Zeitpunkt an wissen alle Mitarbeiter immer ganz genau, wen sie behandeln. Sei es bei der Blutabnahme, der Einleitung der Narkose oder im Operationssaal. Eine Verwechselung ist hier grundsätzlich ausgeschlossen. Das Patientenleitsystem ist Ausdruck eines Qualitätsstandards, der höchsten Ansprüchen genügt. Dazu gehört eine interdisziplinäre Behandlungsphilosophie. Unsere Kliniken haben sich zu Zentren zusammengeschlossen, die durch externe Gesellschaften regelmäßig überprüft und zertifiziert werden. Ein Behandlungsniveau, auf das sich der einzelne Patient verlassen kann. Patientensicherheit ist ohne Hygiene in einem Krankenhaus nicht denkbar. Die Einhaltung höchster Hygienestandards hat in der Lungenklinik HEMA darum Priorität. Dabei ist die Händedesinfektion nur der Anfang. Um Patienten im Haus vor der Infizierung mit Erregern zu schützen, werden schon bei der Aufnahme intensive Befragungen und selektive Screenings durchgeführt. Tragen Sie ein Hörgerät? Bei bereits infizierten Patienten werden umfangreiche Hygienemaßnahmen eingeleitet, wie zum Beispiel die Unterbringung in Isolationszimmern. Die Klinik ist eine der ersten Gesundheitseinrichtungen in der Region, die als Partner des MRE-Netzwerkes mit dem MRSA-Zertifikat ausgezeichnet wurde. Überall im Haus arbeiten speziell ausgebildete Hygienemediziner eng mit Hygienefachkräften zusammen, um die Mitarbeiter in allen Bereichen zu unterstützen. Dazu gehören auch Fort- und Weiterbildungsangebote. Wir legen viel Wert auf eine fundierte Ausbildung der Pflegenden. Um unseren Patienten auch morgen noch eine fachgerechte und zeitgemäße Pflege bieten zu können, ermöglichen wir den Pflegenden die Teilnahme an interessanten und qualifizierten Fort- und Weiterbildungen. Durch dieses erworbene Spezialwissen werden unsere Patienten bestmöglich betreut. Ist gestern der Chirurg bei Ihnen gewesen? In allen Bereichen folgt die Behandlung unserer Patienten festgelegten Standards. Standards, die mit Checklisten permanent überprüft werden. Der Einsatz dieser Checklisten orientiert sich an den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO. Richtiger Patient ist beseitig. Die Checklisten sind Teil einer lückenlosen Dokumentation des Behandlungsablaufs, durch die sich Diagnostik und Therapie jederzeit nachvollziehen lassen. Die Lungenklinik HEMA investiert seit Jahren in die Digitalisierung. Dabei ergeben sich für die Patienten viele Vorteile. Informationen stehen allen an der Behandlung Beteiligten zeitnah und am richtigen Ort zur Verfügung. Dies optimiert die Behandlung und hilft, unnötige oder gar doppelte Untersuchungen zu vermeiden. Hinzu kommt, dass alle den gleichen Informationsstand haben. Der Schutz dieser Patientendaten hat dabei für uns höchste Priorität. Unser oberstes Ziel ist es, dass Sie sich als unsere Patienten während Ihres Aufenthalts in unserer Klinik rundherum gut versorgt, sicher und wohl fühlen. Und weil wir uns immer weiter verbessern möchten, bitten wir die Patienten um ihre Meinung und eine Bewertung. Die Ergebnisse dieser Befragungen werden mit anderen Daten im Qualitätsmanagement verdichtet. Die Auswertung bildet die Basis für die Optimierung von Abläufen und Prozessen, die mit allen Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet werden. Patientensicherheit ist für alle Mitarbeitenden der Lungenklinik HEMA keine Nebensache, sondern eine selbstverständliche Grundhaltung und ein wichtiges Führungsthema. Unsere Patienten sollen sich hier sicher und geborgen fühlen und dies im Endergebnis auch sein. Dafür haben wir schon seit geraumer Zeit im Rahmen eines klinischen Risikomanagements eine Reihe von sicherten Maßnahmen etabliert, wie zum Beispiel Teamschulungen der Mitarbeitenden für die Beherrschung von internen Notfällen, das Einhalten von hohen Hygienestandards mit entsprechender Händehygiene und sorgfältigster Instrumentenaufbereitung, sowie dem Aufbau eines Fehlermeldesystems als wichtigem Element einer Lernkultur. Die Behandlung in der Lungenklinik HEMA bedeutet für Patienten und ihre Angehörigen beste medizinische Versorgung mit einem Höchstmaß an individueller Betreuung und Sicherheit. Die Lungenklinik HEMA – Luft zum Atmen, Hauch des Lebens.